Hallo und herzlich Willkommen. Dieses Video heißt die Gewinnung von Metallen aus Erzen. Du kennst bereits Metalle, Nichtmetalle, Sauerstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Oxidation, Oxide. Nachher kannst du den Grundablauf der Metallgewinnung aus Erzen erklären. Der Film besteht aus 6 Abschnitten. 1. Was sind Erze? 2. Der Grundablauf der Metallgewinnung 3. Eisenherstellung 4. Kupferherstellung 5. Zinherstellung 6. Bleiherstellung 1. Was sind Erze? 5. Ärzte sind natürliche Verbindungen, der mit ... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Und dann. So habe ich mich sehr gut gemacht, wiederum. So. Dann. So. 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 Vielen Dank.